Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, hier sind wir noch einmal. Wir können viel sagen, denken, singen in dieser Zeit des Gebetes. Aber es genügt mir, dass du hier bist. Deine Gegenwart zu spüren ist mein Gebet. Danke und bleibe bei mir den ganzen Tag. Vor wenigen Tagen kam ein guter Freund zu mir mit einer ganz wichtigen Frage. Ich war sehr gespannt, man merkte, dass er diese Frage sehr gut überlegt hatte und sagte zu mir plötzlich, mit welchem Tier identifizierst du dich? Ich muss zugeben, ich war total überrascht über diese Frage. Mit welchem Tier identifiziere ich mich? Ich musste sagen, ich habe keine Ahnung. Aber dann habe ich ein bisschen mehr darüber nachgedacht und ich dachte mir, vielleicht wäre das eine schöne Frage für meine Zeit des Gebetes mit dir, Herr. Herr, mit welchem Tier würdest du mich vergleichen? Vielleicht eine komische Frage. Aber du sprichst im Evangelium oft über die Vögel des Himmels, über die Fische. Du sagtest, du bist nicht so wie die Füchse. Oder zum Beispiel, dass wir klug sein sollten wie die Schlangen, aber einfach wie die Tauben. Und ich habe mir überlegt, Herr, ich weiß ja nicht, ob du einverstanden bist, ich habe deine Stimme gehört irgendwie, dass du uns sagen willst, in dieser Zeit des Gebetes, dass wir ab und zu so wie eine Schnecke sind. Eine Schnecke. Tut mir leid, wenn dieses Tier nicht so cool ist, aber vielleicht möchte uns Jesus das heute sagen. Du bist wie eine Schnecke. Und natürlich fragen wir uns, was habe ich mit einer Schnecke zu tun? So langsam bin ich auch nicht, wenn ich Sport mache, zum Beispiel. Im heutigen Evangelium sagst du uns, Herr, wenn wir ein Essen geben, und das ist vielleicht oft der Fall, sollten wir nicht unsere Freunde einladen, die nette Nachbarin oder unsere lieben Verwandten. Das ist schön und gut. Denn dann bekommen wir normalerweise, was wir gegeben haben, zurück. Zum Beispiel, wenn wir unsere Hochzeit organisieren, organisieren wollen, dann denken wir vielleicht, wir werden die einladen, die mich oder uns dann später einladen können, zu einer eigenen Hochzeit. Aber du, Jesus, sagt uns heute, nee, eigentlich lade Arme, Grüppel, Lame und Blinde ein. Und das ist sehr interessant, Herr. Warum sollten wir sie einladen? Was haben sie besonders? Was willst du uns damit sagen? Und die Antwort ist sehr einfach, weil sie uns nicht vergelten können. Diese konkreten Menschen, Leute, die wir nicht kennen, können uns wahrscheinlich nicht zurückgeben, wenn wir ihnen etwas schenken. Und jetzt fragen wir uns, was hat dieses Evangelium mit einer Schnecke zu tun? Warum sollten wir mit einer Schnecke verglichen werden, von Jesus Christus, von dir, Herr? Wenn ich ehrlich bin, wenig. Aber wahrscheinlich hast du wahrgenommen, dass eine Schnecke eine Schleimspur hinter sich hinterlässt. Normalerweise, wenn die Schnecke sich bewegt. Alles, was sie berühren, die Schnecken, wird mit einer dünnen Sicht von sich selbst irgendwie geprägt. Sie hinterlassen immer eine Spur von sich selbst. Und ich glaube, du, Herr, möchtest uns sagen, heute im Evangelium, dass wir ab und zu, nicht immer, Gott sei Dank, aber zuweilen, bewegen wir uns wie eine Schnecke. Das heißt, wir suchen viel zu sehr die Anerkennung oder eine gewisse Vergeltung, wie du das sagst. Dass die anderen merken, das habe ich getan. Diese Schleimspur bei meinen Tätigkeiten zeigen es. Da war ich. Und natürlich, das ist nicht schlimm. Wir sind keine Steine, Gott sei Dank. Ein Stein zu sein, ist sehr langweilig. Wir brauchen die Liebe, die Zuneigung, die Dankbarkeit auch von anderen Menschen, natürlich. Das ist sehr wichtig, diese Anerkennung zu suchen. Aber das Problem, und ich glaube, das willst du uns betonen, Herr, in unserem Gebet, ist, wenn diese Schleimspur, die wir hinterlassen, bei all dem, was wir tun, wichtiger wird, als die Tätigkeit selbst oder als das Vorankommen. Wenn mir wichtiger ist, eine gute Figur zu machen, gut anzukommen, all das Richtige oder das Gute zu tun. Dass, anstatt dich zu lieben auf ganzem Herzen, dass das tatsächlich das Ziel ist von all dem, was ich tue, dass ich am Ende mich selber suche. So wie eine Schnecke, wo alle sehen können, was für ein Weg sie gegangen ist. Da war diese Schnecke. Fragen wir uns im Gebet, wir fragen dich, Herr Jesus, du bist hier, zugegen. Herr, wie steht es mit meiner inneren Absicht bei den Dingen, die ich verrichte? Mache ich mir viel zu viele Gedanken darüber, wie ich bei den anderen ankomme, was werden sie denken oder über mich sprechen? Oder versuche ich, diese innere Freiheit zu entdecken, das Gute zu tun, weil ich dich liebe? Das Gute zu tun, weil das das Richtige ist? Ich finde es sehr interessant, wenn wir uns fragen, warum hinterlässt eine Schnecke eine Schleimspur? Wahrscheinlich die Schnecke fragt sich nicht danach, aber wir sind ja Philosophen. Und die Antwort ist einfach. Das ist, um nicht verletzt zu werden. Sie haben, die Schnecken, einen sehr empfindlichen Körper und deswegen brauchen sie diese Substanz, um nicht verletzt zu werden, wenn sie sich bewegen. Und auch wir, Herr, vielleicht, wenn wir uns so wie eine Schnecke bewegen, deswegen, weil wir Angst haben von anderen Menschen, irgendwie verletzt zu werden oder aber abgelehnt zu werden. Zum Beispiel, wir möchten nicht gerne unsere Schwachpunkte zeigen. Was werden sie sagen, wenn sie merken, zum Beispiel, dass ich in die Heilige Messe gehe? Oder, was werden die anderen denken, wenn sie diesen Fehler von mir entdecken? Oder, dass ich nicht so intelligent bin, nicht so fleißig? Die anderen sollten bloß nicht meine Fehler entdecken. Das ist die Angst, die uns ab und zu bewegt und deswegen versuchen wir, diese Schleimspur zu hinterlassen. und du, Herr, sagt uns dagegen heute im Evangelium, mach dir keine Sorge. Mensch, ich liebe dich, so wie du bist. Versuche immer, das Gute zu tun, mich zu lieben, auch die anderen Menschen natürlich zu lieben, und dann wird dir vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten. Herr, wir bieten dich, dass wir nicht vergessen, dass wir nicht dafür leben, dass die anderen immer in mir zufrieden sind, das ist unmöglich. auch für mich selber bin ich ab und zu unerträglich, muss man zugeben, können wir uns vorstellen, wie das bei den anderen ist, mit uns umzugehen, aber es geht darum, dich zu lieben und die anderen Menschen. Das ist unser Leben. Ab und zu merken wir, wenn wir zu sehr mit uns selber beschäftigt sind, dann bewegen wir uns im Schneckentempo, das heißt, drei Meter pro Stunde immerhin. Wir möchten immer sicher sein, alles unter Kontrolle haben, Hauptsache die anderen sind zufrieden mit mir und wir fragen uns immer, wie bin ich angekommen? Aber wenn wir uns entscheiden, keine Schleimspur zu hinterlassen, das heißt, mit dieser Freiheit uns zu bewegen, dann werden wir fliegen wie die Vögel des Himmels. Dann werden wir tatsächlich diese unglaubliche innere Freiheit entdecken in unserem Umgang mit Gott und mit anderen Menschen. Vor kurzem habe ich gelesen irgendwo, meine Gartenarbeit besteht hauptsächlich daraus, die Schnecken zum Nachbarn rüberzuwerfen. Vielleicht das nicht so christlich, muss man sagen, muss man zugeben, aber heute im Gebet will ich dir sagen, sehr aufrichtig, hier hast du meine Schnecke, ich möchte eigentlich keine Schnecke mehr sein, ich will fliegen, ich möchte keine Schleimspur hinterlassen, die ganze Zeit, dass sie dann merken, wo ich gewesen bin, sondern ich möchte einfach dich lieben, aus ganzem Herzen. Danke, Herr, für dieses Gespräch, für dieses Gebet, vergiss nicht deine kleine Schnecke hier auf der Erde, ich versuche das Beste, meine Schleimspuren kannst du überall sehen, Gott sei Dank, und wenn eine Schnecke zu dir rüberfliegt, das bin wahrscheinlich ich, ich hoffe, du kannst mich fangen, Amen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.